Hey, es geht eigentlich am Wochenende. Hey Bro, es geht. Habt ihr Bock am Wochenende auf den Club? Nee, der Club kommt doch zu uns. Wie, der kommt zu uns? Ja, Samstag, 11.11. 14 Uhr. Geil, das ist das Spiel gegen die Profis, gell? Da hol ich mir gleich Karten. Wir sehen uns am Samstag.